Dann hau mal rein mit deiner ersten Granate. Du bist der Granatenkönig. Die erste Sprengung hier. Ne, die war nicht schlecht. Die war sexy. Wir brauchen Granaten. Oder wir nutzen noch Granaten, wie die Steinzeitmenschen früher. Das müsste jetzt die entscheidende sein, ne? Oder die danach. Zwei. Elf. Eine noch. Aber dann gehts los, ja. Die sind noch nicht. Okay, jetzt nach links. Jetzt aber, jetzt. Guck mal wie dunkel die ist. Die ist aber ganz schön dunkel geworden. Vielleicht noch zwei, drei. Jetzt bricht der. Oh, perfekt. Aber auch nur die, sehr geil. So, hier ist schon mal... Oh, sogar... Was drinne, das klau ich direkt. B-fähig glaube ich spinne. Oh, diese Arbeiten da. Lachgummi, der hat riesen Spaß. Der Olivier da steht. Und er knallt, da ist er weg, die Tür. Oh... Headshot. Komm schon, komm schon, Headshot. Nein, es noch. Ja komm, zwei Mal. Aber da ist dann da links noch ne Tür, ne? Und wahrscheinlich noch eine. Ja, ja. Das ist zwei. Hä, hä, hä. Ja, keine Tür. Eine nur. Jetzt mal genau hier reingucken. Aber das ist echt voll mit Kisten. Okay, wir machen da erstmal, sprengen wir die hier, ja? Also erstmal die, genau. Der hat so viel erbeutet, der kann nicht alles mit aufreingenommen haben. Olli darf die erste, ich nehm die hier vorne. Ich, 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 ich glaub's eh nur rein. Okay, hier ist Explosive Charge, hab ich gefunden. Ja! Hier ist nur Wood und, und Metal Fragments. Oh, aber alter, wie, oh, alter, ey. Oh, alter, alter, das ist krank. Alter, wie viel, wie viel C4 hast du rausgenommen? Eins nur. Jetzt, ich hoffe, ich hoffe echt, dass, äh, dass die Explosives auch noch drin sind, oder dass sie vielleicht drüben sind, wenigstens. Oh, ein Haupthaus. Ja, hau ein. Und los geht's. Und die ist schon richtig schön kaputt. Ja! Jawoll! Aufen, Bett, gar nix. Okay, gar nix, alles klar. Warte, ich will kurz, was mir steht. Und dann machen wir nämlich unsere Tür am Ende von außen zu. Wenn er hier spawnen, kommt er hier nicht wieder raus. Ja, machen wir. Das ist der ultimative Fick. Der ultimative Fick. Boah, Lachgummi ist richtig gespenstig aus in dem roten Licht. Oh, aber da ist hier was. I'm gonna fuck you. Oh, die ist schon richtig dunkel. Guck mal, hast du... Ja, die ist kurz weg. Die kann nicht mehr viel ab, hier. Wenn wir eigentlich weit weg von zu Hause. Oh, es geht. Wenn wir unseren unnötigen Scheiß wegschmeißen. Ja, das ist übrigens offen. Okay. Das ist nicht viel. Oh, hier ist 239 Gunpowder drin. Sehr schön. Und 100 Zulfur, 15 Futter. Nice. Hast du eine Wood Foundation dabei? Ja, ich könnte genau vorsichtig für die Tür setzen. Mach, mach, dann können wir die Tür hier aufspringen. Ja, geil. Ich fang schon mal an bei dieser Tür hier, ne? Ja, ja, fang an, fang an. Das dauert eh ein bisschen. Ich muss doch hier eine setzen oder daneben. Hier, mach daneben und dann mach da. Nee, geht auch nicht. Das könnte das Haupthaus tatsächlich sein, ne? Also links daneben kann ich setzen. Ja, mach das. Und dann eine Treppe. Wir brauchen Pillars. Ah, ist offen, sehr schön. Das ist leer, das erste Dreierding. Hier sind Metallfragmente ein paar. Und Kona. Okay, jetzt müssen wir genau gucken. Hier drin ist auch eine Kiste. Ich will hier jetzt die Tür sprengen, ne? Also nicht hier rumlaufen. Das passt, das ist ja nicht viel. Die liegt da hier neben dir, ne? Okay. Da, Gunpowder. Habt ihr noch mehr Gunpowder? Ich hab nichts zu sagen. Stell dir jetzt noch welches her, während du den Rest craftest, stell ich schon mal welches her. Die Tür ist offen, oder? Hier ist Gunpowder, bisschen aber nur. Drei Waffen. Medipacks. Ja, nix, nix Großes kann, kann weg. Oh, Olli, du bist gleich drin, ne? Mhm. Oh, sorry, Brieder. So, sauber. Oh, da gibt's viele Kissen, ne? Oh, 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 oh. Boah, guck mal. Okay, Steine und Sulfur, ordentlich. Schally. Nix Besonderes. Schally? Ja, hier, ich hab ein Schally gefunden. Ja, Charcoal können wir auf jeden Fall heute zu weiteren Granaten-Bauzwecken hier nutzen. Okay, und jetzt müssen wir nach oben. Möglich. Das werden wir ja dann merken, wenn morgen unsere Bude nicht mehr nach oben ist. Ja, okay, komm, wir sind so etwas später da. Oh, Olli, das war ein, das war ein Fehler. Ja, ne, wieso? Wir sollten ja sein, wir sollten, wir wollten ja sein Bett auch kaputt hauen. Ja. Oh, ich hab hier noch eine Dreierkiste gefunden. Mit einer Metallwand, einem Metallfenster und einem, mit einem Metal Ceiling. Schön versteckt hier unter der Treppe. Also ist das schon mal, ne? Ist auch schon mal was. Ja. Ja, ich denke, das, 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 das reicht jetzt. Ich bin mir sicher, das reicht jetzt. Hab ich nur einen Optikfehler oder sind die Spikes von denen auch jetzt gerade übelst dunkel geworden? Spikes? Ja, das stimmt, die sind vielleicht auch um die Cain. Dann geh, dann geh mal rein, Ölchen, und beginn die Sprengung. Ja, ja, von oben, oder? Ne, ne, ich war von hier. Ich begutachte die, die, oh ja, oh, die, die ist gar nicht mal übel, die ist gar nicht mal übel. So, also, Fischer, Fischer, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt der Moment. Stell dich hinein in die Explosion. Boah, perfekt. Ja, ha, 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 alter. Okay, okay, besser, wie wir so reingehen wie so Kinder. Oh, aber ein bisschen Munition. Oh, so schön. Metalltüren, Metalltüren, sind hier ganz viele Metalltüren. Ble. Kameramann, guckst du die an, richtig. Ja, ich hab C4 gefunden, C4, C4. Tatsächlich. Ja, Explosive Charge war hier drin. Geil. 122 Gunpowder. Ganz viel Sulfur, ja. Ich mach's, ich leg stattdessen Steine rein. Ich hab's mir, ich hab'n ganzen Haufen von Waffen. Holoside, Holoside. Large Wood Storage, F1 Granat, Blueprint. Bandage, Bandage, Bandage. Da sind ja einige Truhen, ey. Oh, alter Schwede. 14 Granaten. 14 Granaten? 14 Granaten. Ja, das ist aber, hallo, das ist sowas von, äh, hier, Alkohol-Dingster, Malco, 1036 Metallfragmente. Krass. Mach direkt in den Ding weg, ne? Naja. Sleepin' Bag. Ja. Das ist das Ding. Krass, ey, es ist echt krass, was wir hier wieder, also ich hab' auch jetzt so viel, so viel Zeug, ich kann direkt wie der Gunpowder herstellen. Also ich hab' 32 Gunpowder. Die kriegt auf jeden Fall richtig Schaden ab, die Tür. Bastard! Scheißt, Tür! Scheiß, Tür! Oh, das holt er genau in die Ecke, bleibt er ja wirklich an der Tür hängen. Ja. Das ist herrlich, ne? Das ist geil, ja. Noch nie hat jemand so schön an der Eisentür gesprengt. Noch nie hat jemand so viel Spaß gehabt bei einer Sprengung. Ach, guck mal, hier hinten ist so ein kleiner Beutel versteckt gewesen, ne? Mit einer Pistole. Eine 9mm-Pistole und 9mm-Munition. Sehr schön. Ja gut, dann werde ich jetzt, denke ich, hier auch mal die Aufnahmen beenden, oder? Wir haben jetzt echt all den ganzen geilen Scheiß gemacht. Richtig. Boah, echt cool. Das war echt, war echt ne fettige Angelegenheit. Schwer passiert! Bis zum nächsten Mal.